Hiho zusammen und herzlich willkommen hier zum allerersten LEGO Technik Video hier im neuen Jahr 2023 auf meinem Kanal. Und zwar habe ich mir da was besonderes ausgesucht. Konkret geht es hier heute nämlich um die 42148, den coolen neuen Pistonbully von LEGO Technik. Das Besondere daran ist, er erscheint tatsächlich heute offiziell am Tag des Reviews direkt der offizielle Set Release Termin auch. Sehr, sehr cool und da dachte ich, das passt wunderbar. Ich habe es nämlich auch zu Weihnachten bekommen. Das Christkind war brav. Ich war da auf Urlaub in den Bergen und da passt ein Pistonbully. Einfach super, wenn man das Skigebiet quasi dann direkt vor der Haustür hat. Und ich finde das so mega. Es ist so cool. Es ist jetzt schon mein Favorite der gesamten Winterwelle. Und mal schauen, was im Sommer noch kommt. Da hat ja jetzt vor kurzem der Profi Nerd ein Video dazu gemacht. Verlinke ich euch oben. Mal schauen, ob da noch was kommt, das mehr für den Preis bietet. Ich bin gespannt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Denn dieses Ding ist das bisher beste 10 Euro Set, was ich je gebaut habe. Warum? Zeige ich euch jetzt. Also, das hier ist es. Der Pistonbully. Wir haben 178 Teile. Und sehr, sehr cool. Ich liebe es. Ein 2 in 1 Modell ist es nämlich auch. Das hier ist die Rückseite. Wir haben so ein Schneemobil. Ich finde ja auch ganz cool. Könnte so ein bisschen der Maßstab der alten Technikfiguren sein. Also Minifigur, glaube ich, passt da keiner mehr drauf. Das sieht dann aus wie Gulle was reißen, nur umgekehrt im Miniland irgendwie. Aber kleines 10 Euro Set. 9,99 Euro ist die UVP. 178 Teile. Und das hier ist das gute Stück. Und natürlich, so geplant, wie ich da alles habe, für dieses Video habe ich mal wieder vergessen. Hier, Gott, fragt mich nicht, wo gerade mein Zollstock abgeblieben ist. Wir müssen uns hier mit dem Rollmeter behelfen. 15 Zentimeter in etwa ist das Ding lang. Wir haben dann 10 Zentimeter in der Breite. Und hoch ist es, ja, angenehmer 6 Zentimeter. Ich zeige es euch mal hier aus der Nähe. Ich finde das cool. Ist das nicht süß? Es ist einfach cool. Klar, viele Teile kommen auch hier durch die Kettenleder zustande. Das ist natürlich verständlich. Aber man sieht auch schon ein bisschen was. Da ist was beweglich. Da gibt es ein paar Links. Da gibt es ein Zahnrad oben drauf. Und da dreht sich was. Und das ist das Coole an diesem Set. Man kriegt extrem viel für wenig Geld. Es macht Bauspaß. Wir haben einen abwechslungsreinen Bauspaß. Auch weil es ein B-Modell gibt. Also wir haben nicht nur ein Modell, was einmal ins Regal gestellt wird. Und danke, das war es. Nein, eben auch B-Modell. Und jetzt schauen wir uns mal die Funktionen an. Zum einen können wir natürlich fahren. Dazu können wir das Modell hier einfach oben nehmen. Und jetzt denke ich, boah, das hat aber einen guten Tisch hier. Die Ketten rattern da einfach drüber. Und das sieht man wie dem Tisch gar nicht an. Ja, der Tisch kann so glatt sein, wie ihr wollt. Das ist komplett irrelevant. Komplett egal. Denn wir haben hier unten zwei Gummireder. Und die berühren den Boden quasi vor oder den Tisch, den Untergrund. Wie auch immer ihr das haben möchtet. Und damit, die sind nämlich direkt hier an den Ketten angebunden, angeschlossen. Hier über die Achse, die ihr hier drinnen seht. Und damit flutscht das. Und damit funktioniert das wunderbar. Einwandfrei. Finde ich sehr cool. Übrigens ist das auch für meine Lift-Idee, für meine Seilbahn ein cooler Teilespender, weil jeweils pro Seite drei von den Rollen verbaut sind. Macht insgesamt sechs Stück. Dann haben wir vier von den Zahnrädern. Und hier oben drauf ist auch noch eins. Damit können wir hier vorne jetzt das Schild einstellen. Ist das nicht cool? Und das in diesem kleinen Maßstab. Das heißt, man kann da wunderbar dann damit fahren und den Schnee zur Seite schieben. Ich schnappe hier eine Handvoll hier aus der Kader-Ersatzteil-Box von dem letzten Modell, was ich euch vorgestellt habe. Reve findet ihr hier oben. Und das funktioniert einwandfrei. Ist das nicht cool? So kann man schön die Teile auf die Seite schieben. Wenn man damit jetzt vielleicht dann die komplette Wühlkiste wieder zusammenräumen möchte, nachdem man sie zuerst am Wohnzimmerboden ausgeleert hat. Das könnte ein bisschen dauern. Alternativ würde ich euch noch den Schaufelradwager dazu empfehlen. Stellt ihn dazu. Und das macht dann sicher auch ganz viel Spaß, das aufräumen. Also wir können nicht nur das in der Neigung verstellen. Also nach links oder rechts schieben. Wir können das Ganze tatsächlich auch heben und senken. Ich wiederhole mich. Das in diesem Maßstab ist das nicht cool. Und natürlich geht dann auch noch nach links und rechts. Das geht weiterhin. Können die beiden Funktionen auch gleichzeitig betätigen. Und zwar ist die Technik dahinter, die über dieses Zahnrad schiebe ich hier, seht ihr diesen schwarzen Link. Ich probiere das mal von dieser Seite. Den schiebe ich nach vorne und damit bestimme ich hier oben die Richtung. Dann habe ich hier diesen Hebel mit diesem blauen Pin-Stopper. Weil es hat eine Größe von Max-Stopper mit Pin-Aufnahme. Und damit kann ich das Ganze dann nach vorne und zurückschieben. Vieles geht auch nur über die Friction der Pins. Zum Beispiel auch hinten dieses Teil des... Ich habe keine Ahnung, wie man das in Wahrheit nennt. Bitte, falls es jemand von euch weiß, möge es mir sehr gerne drunter schreiben. Ich bin dafür echt dankbar, weil es so top vorbereitet wie ich bin. Aber ich habe natürlich vergessen, diesen Begriff zu googeln. Also dieses Schneeschild, diesen Glätter. Ihr kennt das. Wenn ihr dann auf den Pisten direkt in der Früh unterwegs seid, haben die alle so Rillen drin. Das macht hier hinten das Teil. Und das kann ich auch einstellen. Dann kann ich hinter mir quasi eine schöne Spur ziehen. Auch das geht jetzt hauptsächlich, weil hier zwischendrin... Ich zeige euch das mal hier. Weil hier zwischendrin Friction ist, beziehungsweise eben keine... Nur durch das Spiel der Teile kann man das hier bewegen. Aber an sich ist das nicht cool. Klar, die Scheibe ist wieder alles andere als Trans-Clear. Das ist so der einzige Nachteil, den ich mit dem Modell habe. Aber ansonsten ist das Ding hammermäßig sensationell. Und es kann für 10 Euro mehr als der Technik McLaren F1 für 200 Euro. Das muss man mal sacken lassen. 200 Euro UVP, weniger Funktion als ein 10 Euro Modell. Kein B-Modell, kein nichts. Ja, die Lizenz fehlt jetzt. Ich bräuchte jetzt hier aber keine Primot oder wie man die Firmen dann auch immer ausspricht. Das stellt Leibner nicht auch Pistenbully. Pistenbully bin ich ein bisschen überfragt. Kenne mich dann mehr mit dem Seilfahner sich aus. Genau. Aber das Ding ist sensationell. Es wird ein sehr beliebtes Geschenk, glaube ich, auch, was man einfach mal so in der Kasse mitnimmt. Und da macht man auch für 10 Euro gar nichts falsch. Da kann man gerne den örtlichen Händler unterstützen. Und auch da sagen, komm, ich gebe denen 10er hin, ich zahle die UVP. Weil das ist das Ding absolut wert. Ich glaube, da muss man nicht warten, bis Amazon das auf 7,30 Euro oder so runterrabattiert. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist zumindest meine Meinung. Was sagt ihr zu dem Modell? Schreibt es gerne unten drunter in die Kommentare. Hier findet ihr noch die komplette Technik-Playlist. Ich wünsche euch alles Gute in einem neuen Jahr. Macht's gut und ciao.